Hallo, guten Morgen. Ist das Fitnessstudio Topsport in Nürtingen. Kann ich kurz mit dem Chef sprechen, bitte? Dankeschön, Dankeschön. Hallo, guten Morgen. Es ist Alko mein Name. Ich habe eine Frage gehabt. Meine Frau jetzt bei euch trainiert, beim Topsport. Und ich merke, die ganz anders werden. Zum Beispiel Abend nach Hause kommen, ganz ruhig. Gar nichts reden. Nur schlafen gehen. Nicht schreien, nicht schimpfen, gar nichts. Und ich denke vielleicht, was machen bei euch diese? Kurse mitmachen. Und fleißig trainieren, okay? Aber nichts Verbotene nehmen. Um Gottes Willen, okay, super. Nee, nee, alles gut, weitermachen so bitte. Weitermachen. Und ich gemerkt, die jetzt auch kochen. Zwar gesunde Essen kochen, ich mag diese Essen nicht. Aber besser wie gar nichts. Früher gar nichts kochen diese. Sehr gut, sehr gut. Bitte weitermachen, jeden Kurs eintragen. Wenn Sie selber nichts eintragen, Sie eintragen und sagen, wir fehlen gemacht. Hauptsache die ruhig, wenn nach Hause kommen. Super, super. Vielen Dank. paved само und da ist es für uns bensity zu klein. Ich erstmal載t mich einfach nicht millennials den Oxenken Das Me policymakers. Vielen Dank.